So, Hallöchen ihr Lieben, da geht's wieder weiter mit Stellaris. Ja, es sieht aus, als ob wir an der Schwelle zu einem Krieg stehen. Und zwar mit den Arcano Trade Association. Machen wir mal weiter hier. Denn die haben Ziel eines Kriegsgrundes bei uns. Ui, blauer Laser, oh ja. Mal kurz Pause. Produktion Forschungsstation, Plus 10. E, 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 eigentlich alles. Machen wir das. Ah, dieses Räuspern ist immer noch schlimm. Ähm, äh, Schiffsdesigner, genau. Wir möchten blaue Laser haben. Eins und zwei. Ei, ansonsten können wir nichts machen. Nö, können wir nicht. Gut, speichern, ja. Ihr seid schon auf blauer Laser. Euch muss ich mal bauen, Verteidigungsplattform. Merkt euch das mal. Ähm, hier brauchen wir dringend eine Verteidigungsplattform. Wo ist denn hier mal eine Sternenbasis? Uhu, Sternenbasis. Da. Ähm, verbessern Verteidigung. Our construction is complete. Ja, nee, ist klar. 300. Haha. Wir können es uns nicht leisten. Das ist gemein. Äh. Upgrade. Schon wieder. Glaubt, wir werden bald echt Krieg haben. Wo ist mein Forschungsschiff? Die sind da oben. Was ist das? Einigkeit. Oh, schön. Wieso? Ja, dann erforscht doch bitte. Huch. Projekt erforschen. Legt mal los. Gebt Gummi. Wir müssen vorankommen hier. Was sagen die Fraktionen? Hm. Vertrocknet und verdorrt. Der Bunker, den wir auf Morretu gefunden haben, diente den Schutz von Computern lang, von denen einige direkt mit dem Mycel verbunden zu sein scheinen. Glücklicherweise ist es uns gelungen, mehrere Terminals und Datenbanken zu reaktivieren. Die Verschlüsselung zu knacken und die Sprache zu entschlüsseln wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Das Ausgrabungsteam hat bereits darum gebeten, dass unsere besten Linguisten hierher beordert werden, um dabei zu helfen. Gut. Mach weiter. Schwierigkeit 6. Hölle. Hölle, Hölle, Hölle. Ah, sehr gut. Eine Wüstenwelt. Was ist das? Alien-Wandmalerei. Okay. Whoa. Während der Durchführung von Oberflächenscans von Kastaba 3A entdecken Wissenschaftsoffizier Nikat Kupasar und die Besatzung der ISS Diamond Quackwick. Okay, geiler Name. Quackwick. Solange es nicht Cheap 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 ist, einen entscheidenden, anscheinend zugeschnittenen, mit Alien-Schrift bedeckten Felsbrochen. Da sie sonst keine weiteren Anzeichen auf Alien-Aktivität auf dem Mond gefunden haben, ist es ein Mysterium, wie genau diese Wandmalerei hierher gelangt ist. Wir haben ein Spezialprojekt zur Übersetzung des Textes vorbereitet. Das Situation war gesupdatet. Ja? Ist das so? Moment. Wandmalerei. Äh, wo zentrieren? Hier. So, mach das doch erstmal. Brechheit. Macht erstmal tausend andere Sachen. So, was haben wir hier? Ressourcenspeicher. Einfluss, okay. Niedriger Lagerbestand für automatisierte Kolonien. Auch egal. Ähm. Wir müssen uns vergrößern. Definitiv. Aber eine Wüstenwelt. Ey, wenn wir noch nicht mal eine Eul... äh, eine kontinentale Welt, die ja eigentlich für Vogel gedacht ist, benutzen können. Wie können wir denn dann... Ach du meine Güte. Kann ich nur auf Gaia bauen? Wie soll ich das denn machen? Ach du meine Güte. Das wird nicht funktionieren, so Kinders. Ach so, heile Güte. Ja? Äh... Das dürft ihr auch machen. Forschungsstation bauen. Our special project is complete. Ah. Spezialprojekt abgeschlossen. Wissenschaftsoffizier Nikat konnte die auf Kastaba 3a gefundene Alienwandmalerei zumindest in Teilen übersetzen. Der Text enthält eine erstaunliche Menge an Daten. Die Gedenktafel dient zweifelsfrei einer Art von Low-Tech-by-Bibliothek. Okay. Im weitesten Sinne beschreibt sie das gesamte... gesammelte technologische Wissen einer Alien-Zivilisation. Die diese Region der Galaxie vor gut... Ui, Respekt. 80 Millionen Jahren dominiert hat. Viel davon ist uns bereits bekannt. Aber die Daten enthalten auch die Grundlagen für mehrere Technologien, die wir noch nicht in Betracht gezogen hatten. Könnte man das vielleicht nur gut nutzen? Mh, interessant. Hier gibt es genügend Daten, um unsere Wissenschaftler auf Jahrzehnte zu beschäftigen. Wir benötigen jedoch eine orbitale Forschungseinrichtung, um unsere Übersetzungsbemühungen fortzusetzen. Okay. Das heißt, wir breiten uns mal hier aus. Oh ja, gut. Dann gehst du wieder auf automatische Erkundung. Erstkontakt im D-ROM. Wir haben im D-ROM-System Erstkontakt... Wo ist denn das D-ROM-System? Eine fremde Spezies-Poies haben wir den Codenamen SADA-Aliens gegeben. Okay, okay. Oh Gott, so viele? Oh. Oh. Da unten. Psi-Aliens? We have surveyed the system. Ja. Our special project is complete. Schön. Ganz schön actionreich gerade hier. Unsere fortwährenden Studien der gewaltigen skelettierten Überreste aus Swur haben nun einige Rückschlüsse darauf ergeben, wie die Kreatur auf dem Mond geendet ist. Äußerst schwache Restenergie-Messungen weisen darauf hin, dass in Richtung der Rückseite des Skeletts kurzzeitig eine Art von Dimensionsportal entstanden ist. Okay. Wissenschaftler erlangte Eigenschaft. Okay. Na dann. Ja, ja. Moment. Flottenkapazität von Soldatenjobs plus zwei Schadenverteidungsarmee. Okay. Ähm. Kurz Pause. Moment. Oh, wir brauchen Nahrung. Wir müssen die Nahrungsproduktion verbessern. Ich sehe es gerade da oben. Das wäre nicht so toll. Konstruktionsschiff? Du gehst mal hier hin. Hier wollten wir ja eh hin. Ach, Riedewild? Das nützt mir alles nichts. Nicht so wirklich hier irgendwie. Okay. Das ist aber blöde. Ist die Flotte komplett verbessert? Sehr schön. Wo seid ihr Flottenmanager? Da ist doch eure. Das liegt mal dorthin, bitte. Wir könnten weitere Schiffe bauen. Theoretisch. Da schicken wir mal einen Gesandten hin. Was? Sie nennen sich... Keine Ahnung was. Königreich. Sie behaupten... Das Belauschen der Kommunikation eines anderen Reichs mit. Interessant. Wahlmonarchie. Mhm. Wir werden Einigkeit erreichen. Stellt uns nicht in den Weg. Ach da. Okay. Ist klar, dass sie jetzt die Grenzen schließen. Was ist das? Ach, Handelswert. Okay, alles klar. Verstehe. Du bist jetzt wieder hier. Dann erkunde mal hier. Aber Trillipapi. Und hier möchte ich auch eine Sternenbasis haben. Es fehlen 19. Bisschen wenig. Okay. Ganz schön hektisch geworden jetzt zum Schluss hier. Ho, 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 ho. Was? Warum das denn nicht? Ach so. Okay. Hier ist irgendwie, glaube ich, irgendwas mit Zro oder sowas. Oder auch nicht? Möp. Na dann. Meckere doch nicht so. Frechheit. We have found an anomaly. Ich habe wieder eine Anomalie. Automatische Erkundung. Bla, bla, bla. Stufe 4. Mach. Da ist ein Handelswert von... Okay. Hier geht es auch nicht weiter. Was heißt... Hier ist eine Sackgasse. Ach ja. Mach mal. Mach mal. Die Fraktion, komm mal weg. Ja, ja, ja. Ich verstehe. Kriegsgrund unterwerfen. Okay. Ähm. Kontakte. Die mögen mich gar nicht. Relative Stärke. Ich brauche mehr Schiffe, echt. Brauche mehr Schiffe. Aber schnell. Ich brauche große Flotten jetzt mal langsam. Flottenmanager, wir vergrößern unsere Flotten. Ähm. Ja, ist ja gut. Hm. Ja, ich versuch, dass wir es updaten. Hier kommt auch mal auf 30. Wie, ui, 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 ui. Nicht so schnell. Unsere Versuche, das Erkundungsschiff von dem Ziel-Aliens genannten Spezies zu entern, endeten in einer Katastrophe. Äh. Okay. Wo? Oh, gut, dass ich hier jetzt die Grenze hingemacht habe. Ha! Jetzt könnt ihr aber nicht weiter hier. Ihr Pfeifen. Tote Welt. Okay. Ähm. Ich würde mich gerne mal nach hier absichern. Was ist das denn hier? Eine Megastruktur. Eine Megastruktur. Wo ist die... Achso. Zerstörter Orbitalring. Okay. Das ist sehr interessant. Technologie conceitiert. Ja. Nicht so schnell. Ähm. Ja. Ja. Was ist denn jetzt hier los? So. Hä? 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 Okay. Auch nicht schlecht. Na dann. Uiuiui. Umzingelt von Feinden hier. Das wird lustig. Was ist das denn hier? Feindliche Flotten. Was ist hier für eine feindliche Flotte? Du? Oder wer? Da. Was ist das denn hier? Ach, das waren die? Ja, ja, ja. Alles klar. Nein. Nein. Halt. Stopp. Bitte zurück. Dankeschön. Ei, 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 ei. Stressig hier. Erfordert Abbau seltener Kristalle. Kriegen wir hin. Immer mit dem Sohn. Legierungsgießer rein, okay. Solltet mal auf Nahrung umschwenken. Bitte. Sonst wird es nämlich ein bisschen schwierig. Wir werden für unser Existenzrecht kämpfen. Totalitäres Regime. Ja, ja. Das sagen sie alle. Wie verabschaut eure frivolen Sitten. Mann. Ja. Ist ja gut. Einmal Pause machen hier, bitte. Die Baukosten reduzieren. Was? Wie? Wo? Uiuiui. Kinders. Ganz schön voll, die Galaxie. Ähm. Was hätten wir denn hier noch? Ähm. Forschungsschiff. Da. Nee, im Moment keine Kapazität. Ja. Grenzen geschlossen. Weiß ich. So, ist nicht erkundet. Kriegen wir alles hin. Meisterhafte Schiffsbauer. Ja. Ähm. Ja. Hier haben wir das Spezialprojekt untersuchen. Dankeschön. Du wirst hier Stationen bauen. Hm. Rivalität. Okay. Scheinen auch nicht ganz so nett zu sein. Also die muss ich definitiv hier ein bisschen beobachten. Ebenbürtig. Technologie sind zu uns zu überlegen. Hm. Schauen wir mal, was wir so Schönes machen können hier. Ähm. Hier wollte ich noch was bauen. Hm. Hier lohnt sich das. Also hier möchte ich bis hierhin eine Station haben. Damit dieser Bereich hier mir gehört. Ja. Vertrocknet und verdorrt. Wir haben wertvolle Informationen aus dem Datenbanken bergen können, die wir im Bunker auf Moor fanden. Die Daten weisen darauf hin, dass es sich bei der Anlage um eine Art Abhörstation handelte. Offenbar entdeckten die Erbauer des Bunkers einen Weg, die Signale, die durch das Mycel verlaufen, auszulesen und in verwertbare Informationen zu verwandeln. Wird ja mal interessant, oder? Meine Güte. Und ich laufe ja auf Normalgeschwindigkeit. Hihihi. Und ich dachte schon, ich müsste hier auf Highspeed gehen. Wie das vorangeht. Aber irgendwie ja nicht, ne? Was ist das denn hier? Reißgröße. Achso. Vergrößert die Flotte. Aber ZZ. Nach da bin ich begrenzt. Ich könnte höchstens hier so rum. Nach hier werde ich wahrscheinlich auch begrenzt sein. Archäologische Städte entdeckt. Gibt ganz schön viele hier. Wer hat hier eigentlich eine Station? Untersuchen. Sachen gibt es hier. Stress pur hier. Oh mein Gott. Stress pur. Das ist schön. Geschütz. Batterie. Und Hydrokultur. Wir brauchen nämlich dringend Nahrung. Wirklich dringend. Hmm. Wie heißt der Planet? Ox Ox? Ox Ox. Our special project is complete. na den der rubinator wieso kann ich hier keine bauen das ist schön was ist das in der riedewelt würde ich schon eher hier interessant station spezial objekt untersuchen wie es weitergeht könnte in der nächsten folge sehen bis dahin